Und hier ist wieder das Almrode Live Moderatoren-Team. Wir präsentieren euch den Silvester-Stream 2022 mit einem mega Gewinnspiel. Preise im Wert von bis zu 500 Euro könnt ihr gewinnen. Und wir bieten natürlich wie immer ein super abwechslungsreiches Programm. Ja, mit Gästen wie zum Beispiel Herrn Wintermeier, ein Video von unserem lieben Herrn Dr. Trinkmann. Und natürlich haben wir auch Live-Musik. Und am allerwichtigsten, wir haben auch einen Rückblick über das letzte Jahr. Ja, und was das ZDF kann, das können wir schon lange, weil wir senden im Fernsehgarten-Format. Live von einer Veranstaltung aus Laudenbach. Aber nicht nur das, wir schalten auch live zu verschiedenen Veranstaltungen im Stadtgebiet. Und es lohnt sich auf jeden Fall, bei eurer Party den Beamer, den Fernseher, irgendwas aufzubauen und Almrode live zu schauen. Denn wir bieten euch eine interaktive Sendung, frei nach dem Motto, wir feiern zusammen. Es lohnt sich, schaut zu unter www.twitch.tv slash Almrode live. Wir freuen uns auf euch. Bis dann.